Ein herzliches Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal Freizeitparkblog. Ich war ja auch im Tovaland und ich mache aus jedem Freizeitpark quasi ein kleines Statement zu den Maßnahmen. Und ja, es fehlt noch das zum Tovaland. Ich fange jetzt einfach mal an, denn das Tovaland, also die Maßnahmen beginnen quasi schon auf dem Parkplatz. Die Autos werden mit Abstand schon hingestellt. Man soll im Auto sitzen bleiben, bis die Tore vom Park geöffnet werden. Das ist leider nicht so ganz gut funktioniert. Also die Leute stellen sich natürlich etwas eher an vor dem Zugentor. Und ja, dann geht es Richtung Eingang. Ganz wichtig, zurzeit kriegt ihr nur Online-Tickets. Also ihr kriegt nicht an der Tageskarte Tickets. Ihr müsst ein Ticket vorher kaufen und das ist dann tagesbezogen. Im Park selber, was ist mir da groß aufgefallen? Ja, erstmal muss ich sagen, es ist keine Maskenpflicht in Holland selber und natürlich dann auch in den Freizeitparks nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein anderes Gefühl wie in den deutschen Parks. Also für mich sogar ein besseres Gefühl. Also ein Gefühl von Normalität. Natürlich muss man Abstand halten in den Q-Lines und Bodenmarkierungen sind gegeben im Tovaland. Was ich sagen muss, leider, gut bei mir war es jetzt nicht so voll. Aber man merkt schon, dass die Abfertigung an manchen Attraktionen darunter leidet. Zum Beispiel bei Boosterbike, dann bei Phoenix. Troy fährt nur mit halb besetzten Zug, aber im Zweizugbetrieb, selbst an dem Tag, wo ich da war und es war leer. Das fand ich sehr gut. Also da habe ich jetzt auch nicht länger gewartet, wie maximal 15 Minuten, obwohl die Q-Line recht voll aussah. Gut, durch die Abstände natürlich, sieht die Q-Line sowieso immer ein bisschen voller aus jetzt, als es eigentlich ist. Bei Phoenix, Einzugbetrieb, denke ich mal auch aus Kostengründen, der Verschleiß kostet ja auch Geld. Und da die Freizeitparks sowieso nur auf halber Kapazität gerade zurzeit arbeiten, ist es okay, wenn sie da auch nur Einzug einsetzen. Natürlich leidet darunter die Kapazität, aber ich denke, man weiß es und man sollte Verständnis dafür haben. Ja, dann bei den Restaurants. Achso, ich habe es jetzt so mitbekommen im Tovaland, dass nach einem gewissen Intervall, was ich jetzt euch aber nicht genau sagen kann, auf jeden Fall auch die Züge desinfiziert werden. Die werden nicht nach jeder Fahrt desinfiziert, aber nach einem gewissen Intervall, ich weiß nicht, ob nach fünf Fahrten oder nach zehn Fahrten, auf jeden Fall wird es gemacht, irgendwann kompletter Zug. Das bei allen Achterbahnen und bei der Raftinganlage sogar nach jeder Fahrt. Also sobald die Gäste ausgestiegen sind, werden auf jeden Fall die Sitze kurz abgewischt. Und ja, beim Einstieg, wenn man sich da oben ja mal festhält, da wird dann auch mal kurz drüber gewischt. Also das wird aber bei jeder Fahrt oder beziehungsweise nach jedem vollbesetzten oder nach jedem besetzten Raftingboot wird das dann gemacht. Fand ich sehr schön. Und ja, sonst generell im Park natürlich die Bodenmarkierungen, die fallen auf. Meines Erachtens hat das von den Abständen her sehr gut funktioniert. Also die Leute halten sich, glaube ich, eher da dran wie bei uns in den deutschen Parks. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das war jetzt mein Empfinden. Wie gesagt, ich rede auch gerade nur von meinem Empfinden. Also wenn ihr, also ich kann euch nur empfehlen, fahrt selber mal hin und bildet eure eigene Meinung. Ich rede jetzt nur von meinen Erfahrungen und ich fand den Tag wirklich sehr, sehr schön. Also eigentlich schon so, als wäre gar nichts. Ja klar, Gastronomie war genauso Abstand. Dann an den Kassen waren auch diese Plexiglasscheiben, also Spuckschutz quasi. Ja, aber sonst hat man wirklich überhaupt nichts gemerkt im Troberland. Meiner Meinung nach, ich habe jetzt auch schon andere Sachen gehört, dass das anderen wohl nicht so gut gefallen hat. Was ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen kann, weil ich fand Mitarbeiter super freundlich, Bodenmarkierung gut sichtbar. Ja, selbst wenn die nicht sichtbar sind, man weiß es ja, es sind Maßnahmen zur Zeit und man weiß, dass die Parks eben diese Markierung auf dem Boden hat. Ja, dann sieht man sie auch und ja, die Leute auf jeden Fall gehen viel respektvoller mit den Mitarbeitern um. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass die Maßnahmen da einfach besser eingehalten werden, wie bei uns in den Parks. Also im Großen und Ganzen hat es mir sehr, sehr gut gefallen im Troberland. Ich kann es euch nur empfehlen, mal dort hinzufahren. Ihr habt tolle Attraktionen für Groß und Klein. Selbst wenn es mal regnet, haben wir eine riesengroße Indoorhalle mit einer Achterbahn und tollen Attraktionen. Also fahrt einfach mal ins Troberland, bildet eure eigene Meinung. Ich kann einfach nur sagen, ich war begeistert und habe nicht viel gemerkt. Und wenn das genau das Richtige für euch ist, fahrt hin und ja, macht euch einen schönen Tag im Troberland. Das war mein kleines Statement zu den Maßnahmen im Troberland. Nochmal allgemein gefasst, sehr gut. Bodenmarkierung ist da, Züge werden desinfiziert, alle paar Runden. Bei der Wasserbahn sogar jedes Boot nach jeder Fahrt, also nach jeder besetzten Fahrt. Gastronomie mit Spuckschutz abgetrennt, Bodenmarkierung und sonst genießt einfach den Tag, als wäre nichts. Das war es mit dem kleinen Statement Video und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch mein Kanal gefällt, gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Video. Euer Sven vom Frenzer Backblog. Ciao.